Hier ist eher Betriebsfest, das Betriebsfest des deutschen und auch internationalen Films. Das ist die Internationale Jury der Berlinale 2012, ein großer Applaus, ich finde, das ist ein super Ensemble. Die Berlinale ist offen. Ein Ausnahmezustand, den ich über zehn Tage sehr genieße. Ich fühle mich an, dass sie in Panorama Seductionen sind. Ich bin jetzt hier in der Berlinale. Ich bin jetzt hier in der Berlinale. Ich bin jetzt hier in der Berlinale. Vielen Dank. Sous-titrage Société Radio-Canada ...